Mir ging es oft so, dass ich in Situationen mit anderen Menschen, egal ob Mann oder Frau, irgendwie ein manchmal komisches Gefühl hatte, so ein diffuses Gefühl von, das stimmt doch irgendwas nicht und das kann doch nicht in Ordnung sein, irgendwie fühle ich mich jetzt eigenartig, aber ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt, ich kann den Finger nicht drauflegen auf die Wunde und habe in der Erfahrung eben mit dem Lesen der Emma oft dann erlebt, A, man kann das durchaus logisch formulieren. Es gab dann so oft diese Momente, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt kann ich es benennen, jetzt kann ich mit dem Finger auf das Problem zeigen, auf das, wo ich irgendwie sage, hey, da stimmt was nicht, deswegen fühle ich mich unwohl. Einfach, das war für mich vor allem zu Anfang eine Hilfe, die Situation, in der ich mich befinde, als Mensch, als Frau zu analysieren und das auch auch mal auf den Punkt zu bringen. Ja, das war für mich.